Hallo! Willkommen zurück zu Dead Island, wie ihr es wahrscheinlich schon bekommen habt. Vielleicht auch nicht, dann sag ich ihm nochmal. Willkommen zurück zu Dead Island. Wir haben jetzt diesen Kamin. Mike, hallo. Äh. You should do it. By the way, I'm Mike. I got the bodies piled up outside. Guess we better do this. Hier waren doch mehr als vier Leute drin. Ohhhh. Das zieht ja auch überhaupt nicht an oder so. So ein Lagerfeuer am Strand, ne? Ach, so viele Viecher oder so. Was meinst du, wie das duftet, Mensch? Frisches Steak, ey. Richtig geil. Das ist richtig toll am Duften. Da kannst du dir ja auch gar nicht so an, diese scheiß Viecher. 900 EPR. So, Level ab, Level ab. Ja, wir sind ja Level ab. Ich bin immer irgendwie total schnell am Level. Äh, gut. Iiiiih, mein Baseballverschläger ist schon voller Blut, es schwebt in der Luft, ey. Ist das geil. So. Bleib dran fest. Ne, das ist schwer. Habt ihr in der Luft geschwitzt. War ja, ich lag ja nirgendswo dran. Ich hörte, das ist gut. Ich hörte, das ist gut. Ach, Fabi, ich hab deine Sichel noch. Fällt mir grad auf. Ja? Ja, ich hab den mal mitgenommen hier. Kannst du wieder haben, wenn du Bock hast. Ja, weg auf dem Boden. Ja, warte mal eben. Ja, warte mal eben. Ja, ich geh mal eben ein bisschen zu eben. Mal kurz, warte. Haben wir da eigentlich so deine Sichel. Kann ich mal eben, ähm, ähm, äh, 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 sichel fallen lassen, so. Warum hast du meine Sichel eigentlich? Äh, du bist doch gestorben, Mann, in dem, in dem Ding drinnen. Hab ich sie aufgehoben. Ja, wieso ist sie dir noch runtergefallen? Du hast ja auf das Benzinkanister-Ding geholfen. Ach ja, stimmt ja. Danke. Was ist denn das? Oh Gott, ne, jetzt hab ich irgendwas gedrückt hier. Scheiße. Den könnte ich eigentlich theoretischerweise auch schon wieder verkaufen. Weil, äh, ich hab schon wieder tausend bessere Sachen. Geil, Alter. Ich mach gerade gar nichts mit meinem Controller und der Bewege. Egal. So. Grausam Stockmesser. Das hatte ich auch mal. Das, das war richtig gut. Das hab ich, das hab ich sogar ganz lange gehabt. Was? Kann ich aber nicht kaufen. Ich hab ja sogar noch einen kraftlosen Stock. Ey, was mach ich denn mit nem kraftlosen Stock? Ist nicht so aus, als ob ich einen kraftlosen Stock brauche oder was? Mann. Also, äh, Verschiedenes, die Sachen aus Verschiedenes, das verkaufen wir nicht. Brauchen wir mal Schläger. Kraftloser. Das hatten wir ja schon mal, dass wir da die Sachen bald verkauft haben, ne? Die... Was meinst du denn? Die Sachen aus Verschiedenes, nicht verkaufen, die brauchen wir. Ach so, ja. Weißt du ja noch, ne? Ja, ja, ja. Äh, sicher... Ach, hier geht's erst mal auf. Lass uns doch ne Quest machen. Ähm... Ja. Was anderes geht ja auch nicht. Dann lass mal... Lass mal, lass mal, lass mal, lass mal... Ey, warte, 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 lass mal erst mal... Oh. Ach so, die Tür ist ja... Ich dachte, die Tür ist ja... Lass... Lass... Lass aufs Dach gehen. Lass aufs Dach gehen. Lass aufs Dach gehen. Für Molotow. Molotow. Hab ich schon geholt. Ja, der Typ steht oben, ja? Mhm. Gut. Warte. Oh, der Typ ist egal. Tut mir leid. Tut mir leid für dich. Treppe Ruff! Mir ist nicht klar, warum man für einen Molotow 5 Alkohol braucht. Ja. Weil das ist... Das sind 5 Flaschen. Wie kriegt man denn da 5 Flaschen aus... Wie kriegt man aus 5 Flaschen eine Flasche? Wie viel hab ich denn jetzt? Und das hier noch so entzündlich ist, das ist eigentlich voll unlogisch. Aber naja. Ich hab auch 4 Alkohol. Ja, Fabi, wenn das hochprozentiger ist, dann stimmt's, das geht schon, ne? Gibt's ja auch in echt Molotow Cocktails. Ja, ja, aber... Aber... Das passt dann aber nicht. Warum brauchst du dann 5 Flaschen? Ja, so realistisch kann man's nochmal nicht machen, ne? Das geht nochmal nicht. Sonst hält man das auf einmal von vorne an. So viel Molotow, ey. Weißt du noch, wo ich so abgegangen bin, als ich meine ganzen Molotow-Sägen-die-Arsch-Kopf-verloren habe? Was ist denn da passiert? Ich weiß nicht. Irgendwie bin ich hoch gegangen oder so, weil der mich nicht geretzt hat. Irgendwie weiß ich auch nicht was, aber fand ich nicht so toll. So, warte mal jetzt. Achso ich wollte noch ... Ich wollte dieses ... Äähähähähäh! Ich bin auf Felden. Mir fällt da auch grad was ein. Was ist da noch mal so, was ist denn noch so ein Fail. War da muss, das war glaube ich Part 13, da musste ja rausgenommen, weil da was passiert ist. weißt du da waren wir auch in der tativgarage ist ein auto und du hast ein mikrofon richtig gemütet ja das war richtig witzig ich hab's nicht mehr gekriegt aber hinterher das war drei baseboardschläger der ist richtig der schammer kannst du glauben den werde ich jetzt voll abtreiben so gerade 115 plus 50 wir steig mal ein hier wird die der die helft des parts schon rum wir haben noch gar nichts gemacht weil so laden hast du am letzten das im letzten part das war letzten teil auch so letzte staffel dass du das sehr voll viel zeit durch wegen die verloren haben ja was war das mein ipod mein ipad was machst du hier so blöd das war mein kontroller auf tisch wende wende also wirst du wieder am facebook schreiben doch immer alles aus erinnert sich immer die zeit ich bin so fies ich mache immer aus was machst du denn willst du dass ich sterbe oder was ja eigentlich schon jetzt gehen wir möchte ich eigentlich schon längst rausgeschmissen aus dem auto was waren das eben für ein geräusch ich weiß ich glaube dass du das darfst du später mit dem fahrlehrer nicht machen wir so wie jetzt im style fährst du hast vor dem fußgang überfahren ja das ist doch scheiße habe ich nicht erwischt scheiße den habe ich erwischt aber zurück da oben jetzt schon ja das ist auch nicht ich habe irgendjemand gerufen na egal hast du das immer alle ihren anführern lässt sich noch fallen aber wir müssen hier lag doch mal wirklich gerade falsch wir machen die quest gerade gar nicht aber gerade eine ganz andere ja hier werden wir später wochen kommen was machen was ich glaube was ist die mit den fackeln sammeln die so richtig schwer lange dauert ihn nicht die dauert nicht lange dies nicht die ist nur schwer ach da ist doch mit den vielen schlägern und da ja 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 das war gerade die ausstattet ihr wollt mich gerade überfallen die alte die alte die kleine hat die weggehauen das sah ja geil aus ich hab sie gar nicht weg das sei ja genial aus die kleine weiße die haut nicht weg ja das ist so richtig unlogisch und dann fließt auch so 500 meter also was ist jedoch nicht die haben wir glaube ich nicht gemacht jetzt weiß es nicht ach so aber kommt dass nicht hier gleich da du weißt schon wer jetzt gleich kommt hier oder nicht die explosionsfratzen oder was er kommt doch hier oder nicht warum jetzt aber sie das aber da kommt dann später da kommt jetzt noch nicht kommt dann später ich habe mich noch überhaupt kein bock auf die ich habe mich jetzt schon ertragen muss ich frag das ist nicht wichtig alkohol und wasser all das schnau kommen noch mal ich habe ich habe ich war ha 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 ich habe gerade so viel alkohol gesagt ich brauch ein alkohol jetzt lass mir das doch mal du ach ja hier wir machen das jetzt golden bungalows mit dem mit dem champagne nein 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 ich weiß ja nicht herum sein quest ging ich habe was ist gerade passiert ich habe es nicht bekommen ich habe es ja ich hab so viel nicht bekommen habe ich hier hat nichts zu sehen aber trotzdem ich habe kaputt ich habe ja nagelbrett ich bin gut du hast das nagelbrett laut würde das normale blöde fratze das ist der baseball schläger der niedermetzel heute das ist aber hier ist die champagne frau das ist der typ der der seine frau betrügt in der während der apokalypse kiste weg damit aber läuft doch die scheiß mucke na ja ich habe ich bis hierhin schon gehört ich kann schon wieder nichts sehen ja ich bin schwer zu verbluten ich habe zwei mittlere solche mal eben heilen oder was ich habe gerade eine quest angenommen zwei herzen die machen wir gleich mal dafür gibt es einen bauplan glaube ich bin auch gerade dabei eine anzunehmen ist na ja 54 cash gibt es so leute das war es ich habe gesagt tschüss tschüss tschüss